hey ho leute und willkommen zu einer runde quicksign games auf dem komende bonnet server auf der map mirage glaube ich glaube so heißt sie und ja wie jetzt wahrscheinlich schon habe ich ein neues mikrofon aber ich bearbeite die stimme noch nicht weil ich ich weiß wie das geht und hier schon der erste gegner und da ist dann ja gut habe ich gesagt so und ja wie gesagt im letzten video habe ich ja den dislikebot angesprochen und natürlich sind dann wieder dislikes gekommen aber was soll man machen dagegen war natürlich klar und einer hat sogar in den kommentaren geschrieben dass er meine video schlecht findet dann habe ich ihm darauf geschrieben er soll tss kommen und er hat gesagt er hat kein tss das ist für mich eine ausrede und deshalb frage ich mich er hat keine eier der kleine junge da der das gemacht hat hat er hat einfach keine eier so traust dich nicht mal mit mir zu reden auf dem tss weil er einfach keine eier hat so deswegen wird den noch weg so ok den haben wir auch und ein eisenschwert haben wir jetzt so und im jahr und ich habe ja neue farben die menschen auf dem tss wie ich schon aufgefallen ist wahrscheinlich im letzten video ich hoffe ich hoffe ich dass die thumpnets euch gefallen weil mir gefallen sie ziemlich so muss ich mal spamen tut mir leid kommt doch her ok sorry für das abstauben aber so das ist der letzte gegner ich laufe jetzt einfach mal bis zum deathmatch davon damit ich ihn dann im deathmatch einfach ganz normal killen kann so man komm doch junge geh mir doch nicht auf den sack ok habe ich die diapos? nein habe ich natürlich nicht aber ich gebe mir das glaube ich trotzdem ja klar wieder so ein richtiges spam marino so der junge ist ja richtig bad ok ok dann gg würde ich mal sagen und ja das war's mit dieser runde und ich hoffe ich hat's gefallen wenn ja lass den daumen nach oben da und tschüss bis gg gg